Okay, also das Video wird vermutlich relativ kurz werden, es hat sich nämlich gar nicht so viel getan. Dafür ist aber etwas, ich sag mal, ein bisschen seltener was zurückgekommen. Oben ist auf jeden Fall alles noch voll mit Marvel-Sachen. Hier hat sich gar nichts verändert. Und wir gehen immer weiter ein Stück noch runter. Hier, Segnisch das da, hier hat sich da ein bisschen was verändert. Hier geht es einmal Rennfilmer zurück nach 17 Tagen, Tomatenkopf nach 21 Tagen, Hayskin auch noch 21 Tagen. Und da gibt es noch Zahnseidenwirbler, das ist knapp einen Monat lang hier gewesen. Genauso wie Oldschool, aber auch knapp einen Monat lang hier. Und da drunter hat sich hier, glaube ich, erstmal wieder nichts getan. Die Sachen waren auf jeden Fall schon die letzten Tage hier. Und das Zeug war ebenfalls schon gestern hier. Und hier hat sich dann etwas getan, vier Skins zurückgekommen. Eigentlich das Einzige, was sich sonst noch heute geändert hat. Einmal die Windläuferin Echo, die ist nur knappe 200 her. Daneben aber, die Liebestötterin war 136 Tage lang nicht hier. Hat natürlich auch noch Lego-Stil und ein Accessoire. Eigentlich ein cooler Skin gewesen. Ich glaube, die gibt es auch noch in so einer hellen Variante. Kurz mal schauen, müsste beim Skin genauso aussehen. Dann ist die, ja, in dieser hellen Variante, echt ein cooler Skin. Dann die Surina, 154 Tage lang nicht hier gewesen. Und die gibt es sogar noch in einem Rückenastfahr, was ebenfalls auch eine Hacke ist. Auch in ein Access-Skin eigentlich. Und Kate Skin ist zurück nach 261 Tagen. Und der hat auch ein cooles Rückenastfahr. Schauen wir gleich mal rein. Erstmal hier noch der zweite System mit diesem Hut. Und dann gibt es noch, ja, diesen Aluhut. Okay, und dann das Rückenaccessoire. Tower mit Power. Das ist hier ein dicker PC. Schön mit Beleuchtung. Also, sieht cool aus, das Teil. Und wie gesagt, war das Zeug 261 Tage lang nicht hier. Ja, und das war eigentlich schon alles, was sich geändert hat. Denn da drunter ist noch alles gleich geblieben. Hier hat sich gar nichts verändert. Und demnach war es das auch schon.